Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ich hoffe, ihr könnt mir das vom letzten Mal entschuldigen, dass es angefangen hat zu lecken. Ich habe nicht herausgefunden, woran es lag. Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall wieder hier, machen nochmal schnell weiter. Mit ein paar Steinchen haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall die zweite Rolle auch noch ein bisschen weiter bauen hier. Es ist mal wieder dunkel. Es scheint immer dunkel zu sein, wenn ich auf Lüster bekomme. Wir machen auch nur die Steinchen jetzt fertig, die wir haben. Es sind noch nicht mehr viele, es sind 128 Stück. Dann werden wir mal gucken, was wir dann tun werden. Dann werden wir mal gucken, was wir dann tun werden. Das haben wir früher im Kindergarten gesagt. Das haben wir früher im Kindergarten gesagt. Und dann sind wir die Autos gewinnen. Und ich mache das hier. Und ich mache das etwas wie krefestiger. Oh, mein! Und ich mache das hier. Ich bin so schnell unter dem Haus eingefallen, ich spinne. So, wir werden auf jeden Fall ein bisschen Holzhacken gehen, weil wir wollen uns ja auch noch eine Treppe nach oben bauen. Wir brauchen auch einen magischen Wald, war ja nicht auch irgendwo ein magischer Wald eigentlich? Magischer Wald war hier hinten ganz. Gucken wir mal zur Störung. Das ist nicht ganz der richtige. Wir brauchen nämlich jeweils, ich hätte genau die Reparatur auf der Spitzhacke drauf. Oder brauchen wir diese Steine? Nur ein paar mehr von mit. Entschuldigung, ich könnte eigentlich alles mit der Autoreparatur vertragen. Ja, wie viel haben wir denn? Ja, das reicht für zwei. Normalerweise dachte ich, das würde so gehen. Gibt es aber nicht. Dann muss man dafür neun haben, aber 18 für zwei. 18 für zwei, wie viel haben wir denn jetzt? 18 für zwei. 21, 21, 21, 21, 21, 23, 23. 30. Also reichen wir erstmal das Schwert drauf, so das heißt es wird auch schon wieder hell, aber wir gehen erstmal zurück ins alte Haus, weil im alten Haus haben wir ja alles noch, wir brauchen nämlich jetzt das hier nicht, wir brauchen das hier, ne bevor wir das brauchen brauchen wir doch das hier, können wir ja gerne dreimal, dreimal hierfür, Autoreparatur, dreht da ganz langsam, dann dreht sich die Haltbarkeit wieder auf, hier auch noch zwei übrig, da einen übrig, hier haben wir gar keinen übrig, haben wir hier einen übrig, hier haben wir auch keinen übrig, dann nehmen wir das so, manchmal die drei Autoreparaturen, da muss ich noch ein bisschen reisen, für die Schaufel können wir jetzt mal reparieren, wenn wir schon mal dabei sind, jetzt reparieren wir jetzt auch noch ein bisschen, ok, ist schon fertig, auch nicht schlecht, mal hier rein, so, Knochen haben wir noch nicht rein, ja, wir haben auch noch ganz wenig Zeit, dann können wir nur noch einen Christian haben, da können wir nur noch Holz hacken werden, genau das wollte ich auch mal machen, das ist ja hier ein wenig Tag jetzt, ja, das ist ein echtes Holz, genau das ist ein echtes Holz, ich glaub das war nicht in diesem, nein? nein, dann war mal eine richtige Hak für den ich auch noch mal brauen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 3 4 3 5 5 3 könnten reichen dann brauchen wir auf jeden Fall noch sowas 2 aber aber ein bisschen könnte man damit anfangen ohne immer noch zu füllen an diesem Stein an diesem Stein an diesem Stein mit so ich möchte gerne hier haben und es hat 2 in 3 werden so ich möchte gerne hier das habe ich mir jetzt mal verlegt dass ja noch ein höher wird hier mit dem Boden einen Typ der in den mit jeweiligen Raum reinkommen macht das so ich einfach mal hier das dann das eigentlich noch einmal das dann wieder weg ist super warum auch mal das macht das so das das ist ist es 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 das ist es 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 Vielen Dank. Ich könnte nur noch einmal nach rechts machen, dann wäre hier das Geländer, und das Geländer wäre hier. Das wäre besser, glaube ich. Kann man nämlich in zwei Breiten angenommen. So, aber wie ich die Treppe weiterbringe, werden wir dann in den nächsten Folgen erfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen da, wenn nicht, denn nicht, und tschüss.